Applerbeck Schürbankstraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Westendorfstraße Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Ausstieg in Fahrtrichtung links Allerstraße LWL Klinik Dortmund Ausstieg in Fahrtrichtung links Hauptfriedhof Sehr geehrte Fahrgäste An den oberirdischen Haltestellen hält die Stadtbahn nur nach Betätigung der Haltewunsch-Taste Ausstieg in Fahrtrichtung links Stadt Krone Ost Vorsicht beim Ausstieg Höhenunterschied der Trittstufen zum Bahnsteig Ausstieg in Fahrtrichtung links Max-Eid-Straße Vorsicht beim Ausstieg Höhenunterschied der Trittstufen zum Bahnsteig Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Lübcke Straße Vorsicht beim Ausstieg Höhenunterschied der Trittstufen zum Bahnsteig Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Voskuhle Voskuhle Vorsicht beim Ausstieg Höhenunterschied der Trittstufen zum Bahnsteig Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Kohlgartenstraße Vorsicht beim Ausstieg Höhenunterschied der Trittstufen zum Bahnsteig Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Merkische Straße Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahnlinie U41 in Richtung Hürde Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Markgrafenstraße Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U45 in Richtung Westfalenhallen und U49 in Richtung Hachenei Ausstieg in Fahrtrichtung links Dortmund Stadthaus Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S4 Ausstieg in Fahrtrichtung links Stadthaus Stadtgarten Theater Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U42 und U46 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Kampfstraße Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U43 und U44 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Dortmund Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahnlinien, zu den Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie zu den Buslinien Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Leopoldstraße Leopoldstraße Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahnlinie U41 in Richtung Brambauer Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Schützenstraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Hafen Sehr geehrte Fahrgäste Sehr geehrte Fahrgäste An den oberirdischen Haltestellen hält die Stadtbahn nur nach Betätigung der Halte-Wunsch-Taste Ausstieg in Fahrtrichtung links Insterburger Straße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Hukarde Abzweig Ausstieg in Fahrtrichtung links Hukarde Bushof Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Parsewaldstraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Buschstraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Obernette Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Dortmund-Westerfilde Endstelle Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S2 und zu den Buslinien Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung